herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge scorn und ja in der letzte folge sind wir hier stehen geblieben und wir müssen jetzt glaube ich noch irgendwie noch so ein drittes teil hier hinbekommen aber ich habe keine ahnung wie das gehen soll ja ich würde sagen wir schauen so weiter um hier hatte hier nach oben kommen wir immer noch nicht aber ja ich habe ich keine ahnung weil ich weiß ich habe das erste gehabt und dann irgendwann konnte ich auch das zweite hingeben aber ich habe keine ahnung was ich da genau gemacht habe ja wir sagen wir noch mal irgendwie zurück oder so warte mal kann ich vielleicht hier irgendwas machen ach stimmt weil ich hier waren wir noch gar nicht oder ach stimmt wir waren dann auf der anderen seite ok jetzt kommen die teile hier wieder hin also diese gegner halt ok und jetzt bekomme ich dann wahrscheinlich das letzte da ist jetzt kann ich das dann mal schichter platzieren so die töten wir ganz schnell ja der ist schon mal tot da ist noch einer ok dann sind wir wieder hier und ah stimmt hier ist das letzte jetzt dann nochmal da hin jetzt warte und wie kann ich das jetzt ah ok so und das kommt dann da oben hin und das war es eigentlich schon ok dann hier mal hin ok dann hier mal hin ja ich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich darf ich den wir ein oder so doch ich glaube wir sind hier richtig ok da geht es dann ok warte mal da ist offen und hier kommen jetzt eh nix weiter da ist alles zu da komme ich auch nicht nach oben ok dann hier durch alter ist das so ein Viech da hinten ok Bis jetzt hat mich das Teil noch nicht angegriffen. Okay, warte, ich könnte wieder nach hinten gehen oder erstmal da hin. Was ist denn das hier? Aber kann ich denn was machen? Irgendwie noch nicht. Aber hier auch nicht. Und hier auch nichts. Okay, dann zurück. Und was ist das hier, was wir da bekommen haben? Okay, kann ich auch nichts machen? Warte mal, ich will mal hier weiter gehen. Okay, der Sargasse. Dann wieder zurück. Warte, man kann mich auch nicht weiter. Da muss ich ja da hin. Oder warte, wir können hier wieder zurück eigentlich. Ah doch, hier kann ich das machen. Okay, schau wieder aus wie ein Rätsel. Okay, das passt da. Kann ich jetzt da hin? Immer noch nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Vielleicht kann ich dann dort irgendwas damit machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah, okay, hier. Okay, jetzt geht das oder auf. Schauen wir mal. Ah, warte mal, ich kriege da oben. Okay. Okay, wir müssen nach oben. Ach, dieses Vieh. Und du bist natürlich genau dorthin. Da geht's nicht weiter. Okay, dann in die Richtung. Ah, ich höre irgendwas. Okay, was ist das hier? Ah, okay, jetzt komme ich dort rüber. Oh. noch mal sowas weiter wie funktioniert das hier das kapitel nie so wirklich oder mann zur richtigen zeit klicken das gibt es doch nicht ich check es nicht oder waren wirklich in zur richtigen zeit klicken muss es ja nicht machen also jetzt sogar so wirklich nur so richtigen zeit klicken dann haben das warte mal muss man die richtige damit es an der richtigen stelle anhält oder so ok das sollte gehen ok sei ziemlich einfach wenn man es einmal kapiert ok dann wieder zurück dann wieder runter oder also mal hier hin ok geht es nicht weiter oder vielleicht ganz links gehen wir mal ganz nach links oder es ist das von unten da ok sind was anderes ach scheiße so kann ich irgendwas machen da wird es nicht weiter ok die jetzt was kann ich hier machen ach so warte mal jetzt sind wir hier auf der anderen seite oder ok dann das hier weg und dann noch das weg und dann noch das weg boah scheiße und dann noch das weg dann noch das weg und dann noch das weg dann noch das weg so oder ok damit zurück würde ich sagen warte mal ich bin schon wieder ein bisschen verwirrt mit den ganzen wegen jetzt warte mal jetzt komme ich ja hier eigentlich durch ach so was bringt mir nix oder eigentlich ja nicht also mal da waren wir nicht gerade jetzt hier oder hier war uns ok warte damit zurück ja das ist aus ja dann hier runter ok warte ich habe keine ahnung wo wir schon waren bei dem waren wir schon glaube ich wollen wir hier ganz nach links also stimmt das ja das hier dann eigentlich ja gibt es ihnen auch das ganz rechts ok warte mal auf euch ist irgendwas anders hast du hier nur aber hat sie mal machen wir schon ich kenne mich gar nicht mehr aus ok dann aber mal da na warte mal das sieht wieder da aus dann ganz links ok jetzt sind wir wieder hier und da waren wir auch schon warte mal warte jetzt bin ich wieder hier alter dieser wege man ich kenne mich nicht mehr aus ich will eigentlich wieder ganz zurück also von da wo wir gekommen sind aber hier unten gar nicht ok warte mal da ist das doch nicht weiter da waren wir schon und warte mal geh ich nochmal da hin hier waren wir noch nicht oder oder warte mal ja hier will ich wieder hin von dieser gekommen ich habe doch keine ahnung wie hier richtig sind dann können wir noch mal hier umzuhren von der Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020